Also du bist verheiratet, hast zwei Kinder und das dritte Kind, kleine Baby, war unterwegs. Das war ja noch dazu. Und das älteste ist drei Jahre alt, das darf man auch nicht vergessen. Das war schon echt Kampf, oder? Genau. Was hat das denn mit dir gemacht, jetzt das alles alleine zu schultern? Herzlich willkommen zum nächsten Emolution Podcast. Und in dieser Folge geht es um das Thema vom Einzelkämpfer ohne Mitarbeiter hin zu den ersten Mitarbeitern. Und ich habe mal wieder einen Studiogast hier, den lieben Adil. Adil, sag mal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her? Hallo Heinz, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Adil Hersan, bin 34 Jahre alt, mittlerweile seit sieben Jahren selbstständiger Immobilienmakler. Genau. Und aus? Aus Börseln, Bayer. Genau. Sehr cool. Adil, du hast ein schickes Ladenlokal und du hast, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang, wir arbeiten auch schon eine Zeit zusammen. Mhm. Und du hast ja immer alleine gearbeitet. Und was und warum überhaupt war das so? Hast du Angst gehabt, Mitarbeiter einzustellen? Erzähl mal so, wie hast du dich da gefühlt? Also bis ich Mitarbeiter eingestellt hatte, war es wirklich die Angst. Angst, kriegst du dich beschäftigt, kannst du die immer bezahlen. Es war jetzt einfach so eine unerklärbare Angst. Nachdem ich die eingestellt habe, also es ist jetzt sechs Wochen her, dass ich die erste eingestellt habe, zwei Wochen darauf habe ich die zweite Mitarbeiterin eingestellt. Und jetzt frage ich mich, wie habe ich sie überhaupt all die Jahre gemacht ohne Mitarbeiter? Okay, lass doch mal trotzdem nochmal zurückgehen auf die Zeit. Was, wie war das für dich als Einzelkämpfer? Weil ich glaube viele Makler, das ist ja so eine Art Normalzustand. Du arbeitest alleine, du machst alles, alles ist so irgendwie in dir drin. Und ich will jetzt gar nicht sagen, man wurschtelt vor sich hin, weil du hast ja schon auch coole Arbeit gemacht. Du hast einfach gut gearbeitet, das ist ja gar nicht die Frage. Aber wie ist das? Beschreib doch mal als Einzelkämpfer, wie das wirklich ist, im Sinne von der Leistung zu erbringen. Jetzt hast du ja auch eine Situation gehabt, letztes Jahr, wo wir beide so ein bisschen unsere Zusammenarbeit intensiviert haben. Und da hast du ja wirklich in sehr kurzer Zeit, ich erinnere mich noch, glaube ich, Oktober war es. Ende September, Oktober, genau. So, wie viele Aufträge hast du da reingeholt? Da hatte ich innerhalb von kürzer Zeit, glaube ich, das waren so um die zehn Aufträge. Zehn neue Aufträge. Zehn neue Aufträge. Und die mussten dann auch natürlich zeitlich bearbeitet werden, auch online stellen. Und das war schon eine harte Arbeit. Ja, erzähl mal, was ist da wirklich, und du hast zwei Kinder, also du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Und das dritte Kind, kleine Baby, war unterwegs. Das war ja noch dazu. Und das älteste ist drei Jahre alt, das darf man auch nicht vergessen. Das war schon echt Kampf, oder? Genau. Was hat das denn mit dir gemacht, jetzt alleine, wirklich das alles alleine zu schultern? Ich bin ja von Grund auf ein Perfektionist, der alles perfekt machen will, bevor irgendwas online gestellt wird. Also ich habe mich eigentlich selber kaputt gearbeitet. Teilweise bis spät in die Nacht saß ich im Büro und habe an den Exposés gearbeitet. Im Kreißsaal saß ich tatsächlich während der Geburt meines Sohns mit dem Laptop und habe noch versucht, ein Exposé fertigzustellen. Rabenvater. Rabenvater. Ja, ist aber jetzt so wirklich die Tatsache und wie es abgelaufen ist. Bis vor kurzer Zeit. Weil auf der einen Seite natürlich die hohe Verantwortung auch deinen Kunden, also erstmal deiner Familie natürlich immer als erstes, deiner Frau und deiner Familie gegenüber. Aber auf der anderen Seite natürlich auch der Druck für die Kunden zu liefern. Im Prinzip ist es doch so, Adil, du hast ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder du begrenzt dich permanent, also machst gar nicht so viel, guckst, dass du irgendwie über die Runden kommst als Einzelkämpfer oder du hast Stress ohne Ende. Weil wenn du ja auch einen guten Job machst, wie das ja bei dir passiert ist, du hast gute Marketingaktionen gemacht, du bist omnipräsent an dem Standort. Wir waren ja letzte Woche was essen und wir gehen ins Steakhouse und da kommen die direkt auf dich zugerannt und sagen, Adil, super coole Werbung, cooles Marketing, du bist ja überall zu sehen. Also du hast ja auch, du machst ja auch was. Und dann kommen die Kunden ja auch automatisch. Also die zwei Optionen gibt es. Entweder weniger machen oder das, was man macht, sich mehr oder weniger zerreißen. Wie war das? Das ist auf jeden Fall, also es kann kein Dauerzustand sein. Man kann nicht zwölf Monate im Jahr so arbeiten, wie ich es die letzten Monate oder Jahre gemacht habe. Es ist nicht gesund, es ist auch nicht wirklich effizient für das Unternehmen. Du hattest also komplett den Kampf da an der Stelle. Was war denn konkret der Kampf in der Praxis? Also im Tagesgeschäft, was war da? Also Einkauf, Akquise, Verkauf. Also es war eigentlich die Kontinuierlichkeit, dass man sich als eine Person nicht auf drei, vier Sachen konzentrieren kann. Es sind ja mehrere, also einmal der Einkauf, Verkauf, Akquise und wenn du alleine bist, dann kann einfach nicht alles rund laufen. Es war bei mir wirklich so, dann konzentrierst du dich erstmal auf den Einkauf, also alles auf die Akquise, dann auf den Einkauf. Dann hast du vier, fünf, sechs oder wie in dem Fall zehn Objekte eingekauft. Dann guckst du, dass du die Objekte aufbereitest und das ist ja alles wirklich mit sehr viel Zeit und Aufwand verbunden. Und in der Zeit lässt du wieder die Akquise fallen, tust nichts mehr für den Einkauf, bereitst du die Objekte vor. Dann hast du verkauft und dann fängst du wieder bei Null an. Das ist so, wie du es immer sagst, die Berg- und Talfahrten des Maklers. Dann hast du auf der einen Seite, dann fängst du an, das Geld festzuhalten, weil du wieder Angst hast, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn mal wieder so eine Talfahrt ist, weil du mit der Arbeit gar nicht hinterherkommst. Aber warum, Adil, jetzt mal so Hand aufs Herz, du bist ja ein grundehrlicher Typ, aber Hand aufs Herz, warum hat es dann so lange gedauert? Ich weiß es nicht. Falscher Gedanke, falscher Glaubenssatz oder so. Ja, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Was war denn letztendlich der letzte Kick, der letzte ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, jetzt muss ich es machen? Du. Okay. Der Druck, also was heißt der Druck? Also du hast mich auch wirklich schon regelmäßig nachgefragt, so Ali, wie sieht es so aus, hast du, hast du, hast du und hast mich schon so schön sanft den Arschritt verpasst. Okay, so und dann haben wir dir ja auch dabei geholfen, das war ja auch krass, das heißt, als wir das ganze Thema Retruitment aufgesetzt haben, das war ja der Hammer. Also du hast ja innerhalb von, ich glaube ein paar Tagen, du hast so Granatenbewerbungen gehabt, wie vom anderen Stern, oder? Absolut. Also es war ein richtig, du hast ja eine riesen Auswahl gehabt, ja, also richtig gute Leute und dann hast du eine, also erzähl mal, was da passiert ist. Also die Kampagne lief tatsächlich nur eine Woche, danach musste ich die, ich habe die, die EWI habe ich angeschrieben, ich so beaktiviere es bitte, ich kann die nicht mehr abarbeiten, so viele Bewerber kamen rein. Aber auch so viele gute Bewerber, ich habe wirklich sehr wenige Bewerbergespräche geführt, bis ich mich entschieden habe. Das ging richtig schnell, ne? Das ging richtig schnell. Wir haben uns ja auch nochmal ein bisschen ausgetauscht und geguckt, so wer passt und wer passt nicht, ne? Genau, 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 ging letztendlich richtig schnell. Innerhalb von zwei Wochen wusste ich, wen ich nehme, auf welche Position und Stand jetzt bin ich mehr als happy. Sehr, sehr cool. Und, aber jetzt sag mal, du hast ja eine richtige Bombe gekriegt, ne? Also du hast ja eine Mitarbeiterin bekommen, die auch noch Ahnung hat, ja? Also die, die das, was du brauchst, auch sogar vorher schon gemacht hat und versteht. Erzähl mal. Ohne die Vanessa ist es momentan wirklich unvorstellbar. Die nimmt mir so viel, so viel Last ab. Eigentlich alles. Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen wieder knapp an die zehn Objekte online gestellt und ich müsste mich tatsächlich, um nichts zu kümmern, außer am Ende mal zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist und ob es so online gehen kann. Ist doch krass, oder? So, und jetzt, wenn man jetzt mal, wenn du jetzt mal zurückblickst, ne? Vier Monate zurück, ne? Zeigst du dir doch eigentlich einen Vogel, oder? Absolut. Du sagst, wie kann ich denn so bekloppt gewesen sein? Kannst du denn, kannst du denn, also wirklich jetzt mal Hand aufs Herz, kannst du die Sorgen, die du damals hattest, heute teilen oder bestätigen? Oder würdest du sagen, völlig unbegründet? Absolut nicht, absolut nicht. Also ich sag's eher, das waren keine Sorgen, das war einfach Blödheit, keine Leute einzustellen. Ich muss auch sagen, hatte ich ja letztes Mal gesagt, die ersten Wochen, wo ich wusste, okay, jetzt dann und dann fangen die Mitarbeiter an, da hatte ich wirklich schlaflose Nächte. Das war halt irgendwie irgendein Haken bei mir, irgendeine Fehleinstellung, was ich mir selber nicht erklären konnte, bis die dann wirklich da waren. Jetzt muss man natürlich eine Sache sagen, ne? Also wir haben uns sehr viel gemeinsam sehr viel Mühe gegeben, dass auch die richtigen Leute, ne? Also man darf, also ich glaube, ein ganz großer Fehler ist, irgendwie aus einer Not heraus, raus irgendwie ihn einzustellen, ne? Also du musst schon wirklich hingucken, dass du Leute einstellst, die auch Fähigkeit haben. Absolut. Und das hat sie ja, ne? Absolut. In dem Fall Bombe, ne? Absolut. Also wirklich super fähig, ne? Und dann hast du ja direkt noch die zweite Granate gekriegt, ne? Genau. Wie war das? Ist total spontan entstanden. Die kommt ursprünglich aus dem Porsche-Haus, ist Verkäuferin bei, beziehungsweise sie hat eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht und ich bin ja Kunde bei Porsche, hatte meinen Wagen da zum Service und da kam halt auch so ein Gespräch, dass sie demnächst die Ausbildung beendet und auf Arbeitssuche ist. Genau. So kam das zustande. Also das heißt, wenn man die richtigen Dinge tut, passieren auch auf einmal ganz ungewöhnliche oder scheinbar zufällige Dinge, die natürlich nicht Zufall sind, sondern wenn man die richtige Einstellung hat, dann kommen natürlich auch die richtigen Leute ins Leben rein, ne? Und was ja auch interessant ist, dass die erste Mitarbeiterin, ein anderer Makler, wo die Person mal gearbeitet hat, dann hat sie den Job nochmal gewechselt, also vom Makler weg, was ihr gar nicht gefallen hat und der Makler hat eine gute, sehr, 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 sehr gute Mitarbeiterin laufen lassen. Kann man das so sagen? Absolut. Und in dem Fall jetzt die Mitarbeiterin, die zweite Mitarbeiterin, die auch wirklich richtig gut ist, ja? Natürlich jetzt in Ausbildung, die wird jetzt erstmal fit gemacht und so weiter, alles klar, aber die ist ja mehr oder weniger, die haben sie auch laufen lassen. Definitiv, definitiv, Heinz. Also die führt jetzt schon, also wir hatten jetzt, sie ist ja seit drei Wochen jetzt bei uns im Unternehmen, ich kann die jetzt schon auf Kaufverhandlungen losschicken. Die hat heute Telefonate gehabt mit Kaufinteressenten und du brauchst einfach… Warum kann sie das? Warum kann sie das jetzt schon nach so kurzer Zeit? Weil sie erstmal von Grund auf eine gute Ausbildung hatte und dann habe ich sie natürlich auf die Videos gesetzt, auf das Coaching gesetzt und habe ja komplett von A bis Z die ganzen Videos gesehen. Danach haben wir die abgearbeitet, habe gesagt… Kontrolliert, ne? Natürlich, natürlich, sind wir immer noch bei und die Reihe hat halt eine Fähigkeit, die setzt wirklich alles eins zu eins um, so wie es in den Videos beschrieben ist. Ist das nicht geil, oder? Das ist doch total cool. Und hier muss man nochmal sagen, dass unser Coaching, im Prinzip kann man fast sagen, dass der Name schon fast falsch ist. Weil es ist wirklich eine Ausbildung. Die Leute werden ausgebildet und zwar so, dass sie das, was sie dort lernen, in der Praxis wirklich anwenden können. Und die ist jetzt wie lange da? Drei Wochen. Drei Wochen und sie kann schon Verhandlungen machen. Und ich kann hier wieder sagen, damals mein Mitarbeiter, Azubi, der nach 14 Tagen auch schon Besichtigungen selbstständig durchgeführt hat. Also mein System funktioniert einfach. Und das ist das Entscheidende. Auf jeden Fall. Was würdest du denn, Adil, anderen Maklern oder Solopreneuren, also Einzelkämpfern, was kannst du denen raten? Also ich kann wirklich jedem empfehlen, der die finanziellen Möglichkeiten hat, das ist ja Grundvoraussetzung, jemanden einzustellen, dass man sagt, okay, zumindest sechs Monate könnte ich die Person bezahlen, dass er nicht lange fackern soll. Mhm. Aber muss man wirklich sechs Monate warten oder ist es nicht sogar besser, wenn man einfach weiß, ich weiß, wie ich an Objekte rankomme, ich habe Umsätze gemacht, ich verdiene Geld, ja, so und dann direkt diesen Weg zu gehen. Genau. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt sechs Monate, also wichtig ist. Das war jetzt ein Beispiel, genau. Genau, das war ein Beispiel. Du musst einfach wissen, ich weiß, wie ich an Objekte rankomme, ich weiß, dass ich die Objekte ordentlich einkaufe und damit auch Geld verdiene, so und dann muss man eigentlich schon direkt anfangen, also nicht zu lange warten, oder? Ja, absolut. Sehr cool. Und wenn ihr da draußen dieses Video cool fand, dann auf jeden Fall bitte einen Kommentar hier reinschreiben, wie ist denn das bei euch, was sind eure Ängste, Sorgen, Nöte, warum stellt ihr keine Mitarbeiter ein? Einfach mal einen Kommentar reinschreiben und vor allen Dingen lasst ein Abo da, damit ihr keine Podcast-Folge mehr verpasst, kein Video mehr verpasst. Ja, Montag, Mittwoch und Freitag gibt es hier bei uns frischen neuen Content und richtig cooles Zeug. Ja, das ist sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen bucht hier unten drunter ein kostenfreies Erstgespräch, damit wir auch dir helfen können, mit einem coolen System, mit Strukturen und mit Prozessen dein Unternehmen nach vorne zu bringen und dich vom Einzelkämpfer zum Unternehmer zu machen. Und folge uns auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und TikTok. In diesem Sinne alles Gute. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.